hallo und herzlich willkommen zu manuel am abend der neuen folge ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt ja heute es ist ein bisschen bewölkt ich gehe mal zum himmel wie ihr auch sehen könnt es bewölkt aber es lohnt sich und ja so laufe ich hier und freue mich dass ihr dabei seid hier bei manuel am abend den brand neuen folgen was man hier so sieht ist das was es ist manuel am abend ist zurück mit neuen folgen und ihr seid dabei oh ja manuel am abend friends jetzt geht es weiter mit manuel am abend während ich mich jetzt gleich hier mit euch noch unterhalte freue ich mich doch dass sie dabei sein bei manuel am abend den neuen folgen hier bei uns und deswegen gehen wir mal schnell rückwärts gehen noch schneller zu unserer anfangsposition in manuel am abend ja ich freue mich dass wir eingeschaltet haben zu manuel am abend ja das wetter ist gut aber gehen wir mal zum himmel es ist bewölkt warum wiederhole ich mich nein ich wiederhole mich natürlich nicht doch wenn ich wollte einfach nur mal zu gucken was sie dazu sagt wenn ich sowas mache und für alle es können fans bevor bald die es können serie kommt habe ich noch einmal vor euch ja und nun sage ich noch lange nicht tschüss mal am abend freunde wie ihr wisst ist die serie sehr gut aber wie ihr auch wisst mal am abend freunde gehen wir natürlich manchmal auch hier durch meinen garten auch wenn ich nah rede und trotzdem geht manchmal auch alles ein bisschen anders als es geplant ist man am abend freunde nun habe ich mir gedacht wollte ich einfach mal was neues in manuel am abend anrichten deswegen schaut mal selbst in manuel am abend von unten in die höhe und natürlich von der höhe in die tiefe nein natürlich deswegen geht es jetzt in die höhe und ihr könnt dabei sein in manuel am abend von oben oder auch von hinten manuel am abend ich bedanke mich dass ihr eingeschaltet habt wir sehen uns morgen wieder zu manuel am abend bis dahin und tschüss da 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 Vielen Dank.